Wie finde ich Shops auf Pinterest? Vielleicht möchten einige Benutzer die Option Shoppen oder auf Pinterest kaufen und in diesem Abschnitt die Inhalte finden, nach denen sie suchen. Benutzer können die in diesem Abschnitt angezeigten Produkte auch kaufen, indem sie sich an die Kontoinhaber oder die für den Kauf verfügbaren Methoden wenden. Rufen Sie dazu die Pinterest-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie unten auf die Suchoption. Geben Sie hier das Stichwort ein, nach dem Sie suchen. Zum Beispiel klicke ich auf diese Option, nach der ich bereits gesucht habe. In diesem Abschnitt sehen Sie drei Registerkarten. Klicken Sie auf die Shop-Option. Hier wird der Inhalt des gesuchten Stichwortes angezeigt. Klicken Sie auf eine beliebige und machen Sie die Karte. So einfach. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren. Wenn dieses Video nützlich war, liken und abonnieren Sie es bitte.